Die einen regen sich auf. Wir sind da zum Führen und nicht zum Posen. Die anderen sind sehr von sich überzeugt. Natürlich sind wir die Best-Dressed. Also, it's not a competition. Und die hier sind verunsichert. Bin ich nicht Schickimicki? Eigentlich kennt man St. Moritz ja eher so. Aber heute ist das eigentlich beschauliche Dorf. Zum zweiten Mal der Austragungsort des Sun-Eis-Festivals. Ein Techno- und Electronic Dance-Music-Festival, das am Wochenende über 20.000 Leute besuchen. Der Mitgründer Loris verfolgt mit dem Event eine ganz klare Mission. Wir sind kein einfaches Open Air, wo du dich im Schlamm wälzt. Das sind wir nicht, wollen wir nicht sein. Wir wollen uns zwar verjüngen, aber auch ein gewisses Niveau erreichen. Man sagt auch oft, wir sind das Coachella der Berge. Oha, wir befinden uns hier also auf einem etwas besseren Festival für die Schönen und Reichen. Die Ticketpreise von umgerechnet mehr als 300 Euro lassen zumindest darauf schließen. Und wer darf bei einem selbsternannten Coachella der Berge nicht fehlen? Die Influencer. Sie sind jung, von Kopf bis Fuß durchgestylt. Und meist daran zu erkennen, dass sie es kaum eine Minute aushalten, ohne zu posen, sich von einem Surfie-Hotspot zum nächsten schwingen und ganz klar ein Motto verfolgen. Ein paar Bilder und gut ist. Eine von ihnen ist die 20-jährige Nicole. Ja, und auch die Brasilianerin, die in der Schweiz lebt, lädt, Überraschung, Überraschung, so ziemlich jeden Moment auf ihrem Social-Media-Kanal hoch. Es soll ja auch jeder ihrer Follower mitbekommen, was sie hier erlebt. Zum Beispiel das hier oder das hier. Aber manchmal ist weniger doch mehr, wie sie schnell merkt. Selbst meine Follower sagen mir, ich soll aufhören mit dem Posten. Aber was genau macht denn das Sun-Eis so attraktiv für Influencer? Einfach auch von der Location her ist es mega. Also ich kann so viele coole Bilder und Videos machen. Das ist einfach top. Und jetzt raten Sie mal, wie viele Bilder ein Influencer auf einem Festival an so einem Vormittag schießt. So um die 200 Bilder. Vielleicht etwa 400. 100. Und 50 Videos. Auf der Tanzfläche sind sie höchstens mal für eine Story anzutreffen. Sonst sind sie... Die, die im VIP sitzen. Nur mal so zur Erinnerung. Wir befinden uns auf einem Festival, gell? Und diese Art kommt bei unseren nächsten Festivaltypen. Ich bin komplett Anti-Influencer. Gar nicht gut an. Die Raver. Sie sind tatsächlich wegen der Musik hier und fühlen sich fast schon gestört von dem Geknipse. Die Influencer sind scheiße, viele immer nicht. Sie sind einfach real, sie sind normal. Sie haben einfach eine gute Zeit. Und wir bringen nicht so viel Zeit auf Instagram, sondern mehr vor dem DJ am Tanzen. Das ist meine Messung. Und tatsächlich, die Gattin der Raver hält sich entweder beim DJ oder auf der Tanzfläche auf. Skurrille Outfits ein Muss. Und sie wollen vor allem eins. Geile Musik, coole Leute, coole Vibes, Alkohol, Party. Sie denken, die Raver haben verrückte Outfits? Von wegen. Denn diese Festivalbesucher treiben das Ganze auf die Spitze. Nein, der Raver bin ich gar nicht eigentlich. Weil ich bleibe bei dem Alkohol. Das andere brauche ich nicht. Ich mag einfach eine gute Party haben. Die Verkleideten. Ob als Alien, im Trainingsanzuglook der 80er oder mit LEDs behangen. Diese Besucher hier haben das Sun-Eis-Festival wohl mit dem Kölner Karneval verwechselt. Aber die Gründe für ihre Verkleidungen sind sehr unterschiedlich. Nach zwei Kindern und zwölf Jahren Ehe heirate ich bald. Endlich. Ja, wir sind da in den Bergen, oder? Da muss man einen Skiazug anhaben. Hab mir gedacht, 80er passt, oder? Ja, du, St. Moritz, oder? Das ist Glamour pur hier oben. Da hab ich gedacht, muss ich mich mal in Gold anziehen. Goldige Ringe, goldige Jackett und goldige Hose. All der Glamour, um hier heute eine reiche Frau kennenzulernen, verrät uns der 36-jährige Schweizer. Leider wissen wir nicht, ob Jonas am Abend fündig geworden ist und eine passende Pailletten-Liebhaberin getroffen hat. Aber ob man die auf dem Coachella der Berge findet, vielleicht sucht er auch noch.